Ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Video meine Freunde. Wir fahren jetzt erstmal ein paar Bitcoins sammeln und dann schauen wir mal weiter. Ich habe gerade ein paar Dings gemacht, meine LKWs mal nachgeschaut. Jetzt gehen wir mal ein paar Bitcoins sammeln. Mal gucken, vielleicht treffen wir den ein oder anderen da. Mal schauen. Mal gucken. Und tanken. Ja, Mann. Das läuft, das läuft. Und erst. Hm? Wir fahren einfach mal zu den Bitcoins und sammeln ein paar ein bisschen und dann wollen wir die mal verkaufen. Das ist neilig, schon mal. Das ist neil, schon mal. Das ist neil, schon mal. Das ist neil, schon mal. Das ist neil. Das ist neil, schon mal. 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 Ein und fahr weiter. Dann habe ich 100 und dann ich die wieder verkaufen. So, ab geht's nach oben. Ja, jetzt gehen wir wieder verkaufen. Ah, scheine jetzt soweit. Ja, ja, ja La, 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 La. Oh, 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 oh. Freue mich aber erst morgen aufs. Heute habe ich keinen Bock. ? ? Die Soldist so langsam, ne? Hat nicht immer dasوok. Wer veya gasteht, gab esinho so ein ekstremes sounded. Hätte ich ein Heli ne? Alter, das wäre ein Ups. Würde ja alles viel schneller gehen, ne? Ich bin ein Heli, das ist alles gut. Ich bin ein Heli. Ich bin ein Heli. Ich bin ein Heli. Ich bin ein Heli. Ja meine Freunde wisst ihr Ich bin ja nicht der große Reader Jemand von mir immer erwartet Aber Okay Mal schluck schon wasser ne Okay. Und während es verkauft, mache ich mir eine Zigarette. Ein bisschen stopfen tut gut, oder auch nicht. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, 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 na, 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 na. Das war's für heute. Oh man, was ist denn da? Oh man, nix bei dir? Oh nix, ja. Ist das geil bei deinem Auto? Äh, ja. Sind die müde da hinten wegen Götti? Oh, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich hab mal noch kurz neue. Bist du neu eingereist? Ja, es geht relativ neu, ne? Was? Relativ neu bin ich. Du? Ja. Ja, den merk ich. Mit kein Barm und so. Naja. Na eben. Hey. Ja. Mach mal schneller. Ich hab mein IQ sehr weit erhöht, ne? Was? Ich hab mein IQ sehr weit erhöht. Ja, wie viel bist du jetzt? Ich hab jetzt drei IQ. 124 IQ, mein ich. 100, was? Noch ein bisschen, dann kann ich die Waffe endlich nehmen. Naja, okay. Ab wann kann man, ab welchen Dings kann man sich eine Waffe holen? Ab, äh, 4. Du kannst jetzt auch schon eine Waffe holen, aber ab, die versuche ich erst rauszuhören. Ah, okay. Ja. Ich hab jetzt 15.000. Mahlzeit. Hm? Mahlzeit. Ja. Das ist eigentlich schmeckt, wie wir gerade mit einem Burger haben. Ja. Hauptsache, da schmeckt. Ja. Ich hab noch 15 Stück und ich kann jetzt Waffe tragen. Ja, dann reicht. Oder willst du noch Geld machen? Na, Geld. Warum nicht? Na, dann mach. Sucht ihr vielleicht noch einen Piloten? Einen Piloten? Ja. Ja. Wozu Piloten? Weiß ich nicht, wenn man irgendwo schnell hin will. Habt ihr einen Piloten suchen? Ja. Siehst du irgendwo einen Helikopter oder ein Flugzeug? Nee, aber vielleicht habt ihr ja rein. Nee, aber vielleicht habt ihr ja rein. Weiß ich ja nicht. Ach, willst du dann fliegen oder was? Willst du dann fliegen? Ja, ich flieg euch überall hin. Okay. Weil ich dann, wenn jetzt einer hier Bitcoin macht, der eine ist da oben, weißt du, dann fliegt man schnell mit dem da hoch, dann fliegt man schnell mit dem wieder hier rüber, verkauft die Dinger, geht euch viel schneller oder nicht? Wenn du einen Helikopter hast, dann bist du schon weg von dieser ganzen Bitcoin-Plan. Du verkaufst andere Sachen. Ich kenn mich hier noch nicht so aus. Ich weiß nur, Bitcoin und irgendwelche illegalen Dinge, aber sonst. Hier gibt's, kannst du noch so viele Sachen machen. Du kannst TV-Din verkaufen, du kannst Waffen verkaufen, Herstellen verkaufen. Du kannst, äh, Westen verkaufen und Herstellen. Westen? Ja, Westen. Schutzwesten. Okay. Achso, Schutzwesten. Ja. Die Gelbe ist dein Auto, ne? Ja, ja. Warte, wenn du fertig bist, kann man mit, schuldige, was schönes in den Kopf heraumteln. Ja, okay. Oh, ich bin fertig. Erwarte ich mal auf. Na, warte, ja. Ja, ich bin fertig. Na. Ja, ich bin fertig. Ja, ich bin fertig. Ja, ich bin fertig. Geil, kann ich zocken? Oder was kann ich damit machen? Kannst verkaufen oder so. Echt, wo kann man die verkaufen? Oder wie toll? Man verkauft die Leichenwälder oder so. Gucken wie viel du dafür kriegst. Ah, okay. Probier ich mal dann sonst da. Stange dir. Kein Ding. Kein Tag, genau. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Die waren ja mal korrekt, ey. Das sind korrekte Leute gewesen. Oh ja, moin. Oh ja, moin. Oh ja, moin. Oh ja, moin. Oh ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020